Hallo zusammen bei Let's Show LS13 Mods. Oh, ich hab noch hier den 1B drin. Aber heute geht's um das Messerschmitt-Flugzeug. Hier unter Traktoren in Mods. Naja, bin ich mir nicht ganz so sicher. Hier fehlt auch noch das Brand-Logo unter dem Flugzeug. Von Jumpstar. Zum Fliegen. Hm, ich nehm mal an, wir brauchen auch einen Traktor, der irgendwo aufs Feld zieht. Deshalb kaufen wir uns hier gleich mal einen. Möglichst starken. Nehmen wir gleich mal den. Und, wo steht's hier? In der Mod-Beschreibung steht er nur für den Singleplayer. Also auf Mod-Toster. Also, sollte man beachten. Wird's seinen Sinn haben? Oh, in der Kabine. Vielleicht. Acht Propeller an, aus. Woher der Propeller läuft? Ähm, Numpet-8, Gas geben. Hm, runter, hoch. Ist es. Nein. Nicht. Okay, 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 okay. So gibt es nichts. Das machen wir nochmal anders. Nochmal neu kaufen. So, und dann wird er jetzt erstmal aufs Feld gezogen. Wo wir genug Startfläche haben. Das sollte ja schaffbar sein mit dem hier. Hä? Da muss der noch ziehen können, oder? Ah, jetzt. Wo fahren wir lang? Da hinten ist viel Platz. Oh, der lässt sich doch erstaunlich gut ziehen. Im Vergleich zu dem, den ich im Skiregionsimulator hatte. Joa, fahren wir ihn mal hier übers Feld. Und dann versuchen wir, den mal zu starten. Und in die Luft zu gehen. Download-Link, wie immer, in der Beschreibung. Hm, so. So. Was sind das für Daten? Alt 0, Alt 1, VVL. Irritiert mich jetzt. Hm. Gas geben. Numpet 8. Ach, das wird der Speed sein, weil er nicht angezeigt wird. Und es geht hoch. Juhu. Also nicht schlechter Mod. Muss man sagen. Ähm, nach rechts lenken. Ich hab hier grad auf meinem zweiten Bildschirm Mod-Toste offen. Deshalb kann ich das hier grad alles schauen. Hm. Ein Flug über die BGA. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gegen die Außenwand der Map knall. Aber mit 70 in die Luft. Mit dem Tempo. Dachte ich auch nicht, dass das geht. Jetzt könnte ich natürlich noch versuchen, zu landen. Nein, wir fliegen jetzt. Wir genießen dieses Gefühl. Oh, Stromleitung. Macht ihr uns was? Oh, elegant durch. Oh. Und über die Mühle. Ja. Und dann sind wir jetzt einmal über die komplette Map geflogen. Und bremsen mal wieder. Im Landeanflug. Joa. Und haben die Messerschmitt zum Stehen gebracht. Sehr schöner Mod. Gefällt mir. Auch wenn es so ein bisschen Fun-Mod ist. Und keinen wirklichen Nutzen hat. Aber trotzdem. Lob an den Modder. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Ciao. Ich würde sagen, wir sehen uns.